Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Experten-Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber Peter Blum. Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute möchte ich Ihnen etwas schenken. Eine ganz besondere Überraschung. Doch erstmal gibt es interessante Neuigkeiten. Wie gerne geben wir zu, mit einer Entscheidung daneben gelegen zu haben, einen Fehler begangen zu haben, so richtig im Mist gelandet zu sein. Tja, zugegeben, es braucht schon eine Menge Mut, um zu seinen größten Fehlern zu stehen. Und unseren Interviewpartnern im Performance Manager Podcast geht es nicht anders, wenn ich Sie ab sofort dazu auffordere, über einen ganz persönlichen Fehlschlag zu berichten. Aber die Bereitschaft, ja sogar die Begeisterung, darüber ganz offen zu sprechen, ist ebenso enorm. Warum? Nun, viele Entscheider aus Management, Controlling und anderen Disziplinen sind heute deshalb erfolgreich, gerade weil sie aus ihren Irrtümern gelernt haben, weil sie gestolpert und wieder aufgestanden sind und dabei ihre Fehler in Vorteile verwandelt haben. Eine wichtige Lehre aus den kommenden Podcast-Folgen kann ich Ihnen also schon jetzt verraten. Jeder Erfolgsmensch hat sich mindestens einmal in seiner Karriere einen groben Schnitzer geleistet. Demotivierend? Hm, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ein unglaublicher Ansporn für alle, die gerade ihr ganz persönliches Ziel vor Augen haben. Zu wissen, es ist gar nicht die Frage, ob du einen Fehler machen wirst. Irrtümer gehören einfach dazu. Es ist vielmehr die Frage, wie du damit umgehst und deine Schwäche in Stärke verwandelst. In den kommenden Monaten erwartet Sie also eine Reihe hochinteressanter Interviewpartner im Performance Manager Podcast. Wir werden auch in diesem Jahr wieder Vordenker und Praktiker aus Management, Controlling und anderen Disziplinen vor das Mikro holen. So wie es uns bisher auch gelungen ist, immer wieder namhafte Größen ins Advisio Podcast Studio zu holen. Darunter neben Finanzvorständen und Controllingleitern den Visualisierungspapst Prof. Dr. Rolf Hichert, die Controlling-Legende Prof. Dr. Peter Horwath, sowie Controlling-Vordenker wie Prof. Dr. Jürgen Weber und Prof. Dr. Utz Schäffer von der WHU Otto Beisheim School of Management. Unseren Interviewpartnern, ebenso wie unseren Hörern, ist es zu verdanken, dass der Performance Manager Podcast zu einer inzwischen festen Größe in der Controller-Welt geworden ist. Über 10.000 Downloads im Monat sprechen für sich. Ständig sind wir unter den Top 20 der Kategorie Management in Apple Podcast und darüber hinaus offizieller Podcast-Partner des internationalen Controller-Vereins ICV. Und seit kurzem haben wir eine neue Podcast-Reihe in Zusammenarbeit mit dem Controller-Magazin gestartet, der auflagenstärksten Controlling-Fachzeitschrift im deutschsprachigen Raum. Und an dieser Stelle sage ich auch herzlichen Dank für Ihr positives Feedback. Sie wissen es zu schätzen, dass wir im Performance Manager Podcast, wie auch in unserer Beratungspraxis bei Advisio, Business Intelligence von der betriebswirtschaftlichen Seite in den Fokus nehmen. Der Tenor unserer Hörer ist häufig wie folgt. Technisches Klein-Klein und PowerPoint-Schlachten gibt es genug. Die Verbindung von Business Intelligence und unternehmerischem Denken ist das, was uns weiterbringt. Und es gibt noch ein weiteres Thema, das bei Ihnen auf besonders großes Interesse gestoßen ist. Immer wieder haben wir unsere Gäste befragt, was sie jungen Controllern mit auf den Weg geben würden. Im Laufe der Zeit ist aus den Statements unserer Interviewpartner ein richtiges Kompendium für die Controller-Karriere geworden. Und daher haben wir uns entschlossen, diese wertvollen Beiträge als eigenes Hörbuch zu veröffentlichen. Erleben Sie geballte Inspirationen von Controlling-Experten, Vorständen und CFOs. Manche bestätigen schon heute, dass dieses Kompendium, dieses Hörbuch hervorragend und praxisnah gelungen ist und alles übertrifft, was es derzeit zum Thema Karriere im Controlling überhaupt gibt. Das Hörbuch erscheint pünktlich zum kommenden Controller-Kongress in München am 27. April 2020. Und ich habe es am Anfang angesprochen, nun kommt meine Überraschung für Sie. Sie haben die Chance, sich Ihr persönliches Exemplar des neuen Advisio-Hörbuchs schon vor dem offiziellen Erscheinungstermin kostenlos zu sichern. Das Einzige, was Sie dazu tun müssen, kommen Sie in unsere geschlossene Zing-Gruppe mit dem Namen der Performance Manager Podcast. Sie erhalten dann in den nächsten Wochen automatisch exklusiv den Download-Link zum neuen Hörbuch, noch bevor in München die Premiere gefeiert wird. Den Link zur Zing-Gruppe finden Sie übrigens auch in den Shownotes. Und zum Schluss empfehle ich Ihnen auch noch, den Performance Manager Podcast am besten zu abonnieren. Denn wenn wir ab sofort unter Führungskräften fragen, was war dein größter Fehler, dann sind Sie gleich von Anfang an mit dabei. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin beste Performance, Ihr Peter Blum.